Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kaulius probiert es aus im Internet zu finden auf Und das was ich hier gerade in Händen halte dürfte wahrscheinlich eins der beliebtesten um nicht zu sagen begehrtesten Stück Hardware sein die im Moment auf diesem Planeten existiert und das mit einiger Überraschung bei mir weil so viel Neues gibt es da eigentlich nicht aber da kommen wir gleich zu es ist das iPhone 5 wofür am vergangenen Freitag Massenleute vor Geschäften gewartet haben übernachtet haben auf Postboten gewartet haben und bereit gewesen wären ihre Oma zu verkaufen so sieht es aus wenn es in weiß geliefert wird das ganze gibt es aber auch noch mal in schwarz und auf den ersten Blick fällt einem gar nicht so viel unterschiedliches zu den Vorgängermodellen dieses Handys entsprechend auf Was wir in der Packung finden ist natürlich zum einen das Handy selber dann ganz wenig Material zum lesen und hier haben wir ein kleines Ladegerät immerhin das ist heutzutage auch nicht mehr selbstverständlich Und das neue Ladekabel das USB Kabel wo wir schon gleich am anderen Ende sehen da hat sich was verändert das ist ein neuer Anschluss der alte lange Breite den wir uns gleich nochmal genauer angucken der passt nicht das heißt auch entsprechende Hardware muss neu angeschafft werden Zubehör wenn es denn auf diese entsprechenden Anschluss dann dazu gehört und was eben auch dazu gehört jetzt die Apple Airpods die neuen Kopfhörer Hier haben wir dann noch natürlich die Obligatoren Aufkleber fürs Auto wenn man möchte oder sonst wo und ein bisschen Informationsmaterial dieses eigentlich dieses Hallo Ding ist das interessanteste wer vorher noch kein iPhone hatte der lernt da sicherlich noch was für alle anderen gibt es da wenig Neues höchstens ein paar neue Infos hinsichtlich iOS 6 Dann ich habe es bei einer Vertragsverlängerung bekommen man sieht wie nervös ich bin da habe ich dann natürlich auch eine neue SIM Karte bekommen weil die alte SIM Karte passt nämlich nicht mehr nachdem man ja die normale SIM hatte und die Micro SIM ist es jetzt die Nano SIM die wir jetzt hier vor uns haben die muss entsprechend neu eingebracht werden beziehungsweise dann auch ausgetauscht werden kommen wir gleich zu hier schließe ich erstmal das Gerät an da kommt der Stecker rein die entsprechende Schutzfolie habe ich einfach nochmal drauf gelassen man weiß ja nie Dann das ganze in den Rechner einstöpseln und gucken was so passiert als erstes passiert dass auf dem Gerät tatsächlich draufsteht was es ist nämlich ein iPhone da sind wir schon mal beruhigt dass es also kein Samsung Galaxy ist dann der Rechner erkennt das ganze auch relativ zügig der entsprechende Driver wird installiert und ja erstmal kann man nichts machen weil gar keine SIM Karte drin ist die muss ich rein tun dafür haben wir dieses formschöne kleine Werkzeug dabei da stecken wir da die Spitze rein und können dann diese Schublade aufmachen und da kommt nämlich jetzt die neue Nano SIM rein und hier sehen wir sie jetzt mal im Vergleich rechts so eine ganz große klobige normale SIM dann die Micro SIM und die Nano SIM die kann man jeweils wenn man möchte zueinander entsprechend zuschneiden man sieht ja der Chip hat sich nicht geändert nur das drumherum man muss nur eben jetzt entsprechend besonders genau schneiden damit das ganze passt dann würde das auch noch mit den alten klappen oder eben man geht zu seinem Provider und lässt sich ein entsprechend neues dann auch geben bei der Telekom muss man dann noch auf eine bestimmte Seite gehen da gibt man dann seine alte Nummer von der SIM ein dann von der neuen und dann wird das entsprechend umgestellt es geht also nicht dass man die alte einfach als Multi-SIM sprich an einem anderen Gerät dann weiterverwenden kann hier sieht man was man so machen kann um das Gerät dann einzurichten zum Beispiel die Sprache wählen den Ort oder auch das WLAN den Ortungsdienst kann man aktivieren der von vielen entsprechenden Apps verwendet wird und man kann sich auch fragen ob man ein neues Gerät denn verwenden möchte oder ob man das Backup wieder herstellen möchte aus der Cloud oder vom Rechner iTunes ist für letzteres natürlich zwingend notwendig aber damit geht es dann auch einfach wenn man vorher schon iPhone hatte und da ein Backup vorher gemacht hat und das macht er in der Regel automatisch dann wählt man das einfach aus und dann drückt man auf fortfahren und der Rest passiert automatisch auch wenn jetzt hier steht verbleibende Zeit gleich nur wenige Minuten da sollte man sich nicht täuschen das kann schon mal eine Stunde dauern weil nachher noch die Apps entsprechend neu installiert werden und das zog sich bei mir doch ein wenig hin Gucken wir uns das Gerät jetzt noch mal ein bisschen genauer an hier haben an der Seite zum Beispiel die obligatorischen Lauter Leiser Knöpfe und die Möglichkeit die stummkalte Taste umzuschalten geht bei mir gefühlt gegenüber dem iPhone 4 ein wenig knackiger dann sagen wir auf der Rückseite gerade die Kamera wie auch vorne da auch ein kleiner Blitz auf der Rückseite hier dieser neue Anschluss und dann auch die Kopfhörer Anschlüsse mit auch den entsprechenden Ausgängen für die Lautsprecher und so liegt es dann eben in der Hand und das hier sind wie gesagt die neuen Kopfhörer in etwas anderer Form hören jetzt auf den Namen Apple Airpods vorher waren sie Airphones und durch diese neue Form sitzen sie entweder perfekt im Ohr oder eben gerade nicht da gibt es unterschiedliche Meinungen zu der Klang ist wohl wirklich gut für diese entsprechenden Kopfhörer und man kann lauter leiser schalten so eine kleine Fernsteuerung ist dabei und auch ein und ausschalten jetzt gucken wir uns diesen Anschluss noch an der heißt jetzt ja Lightning und das Schöne daran ist man kann sich jetzt nicht mehr vertun wie rum er reinkommt man kann ihn drehen und wenden wie man möchte und je nachdem geht er da also rein und er hat auch nicht mehr diese Ohren an der Seite das heißt die Gefahr dass da was abbricht ist deutlich geringer geworden hier sehen wir noch den alten 30 poligen Anschluss der eben nur von einer Seite reingeht ist doch schon schicker geworden und Apple verspricht auch dass man jetzt zehn Jahre mindestens an diesen neuen Lightning Anschluss festhalten würde wenn man die alten Sachen anschließen möchte gibt es einen Adapter der kostet aber auch schlanke 40 Euro knapp das ist schon sportlich für so ein bisschen kleine Hardware aber dann würden auch die alten Anschlüsse noch funktionieren so jetzt sehen wir uns mal an was natürlich das Highlight dieses Gerätes ist es ist ein Tick länger geworden waren es bei den Vorgängermodellen noch 115,2 Millimeter sind es jetzt 123,8 Millimeter und flacher ist das neue Gerät nämlich auch noch 9,3 waren es vorher jetzt 7,6 Millimeter und das Schöne ist eben insbesondere das Display ist größer geworden es sind jetzt 4 Zoll 10,16 Zentimeter Diagonale gegenüber vor 3,5 mit 8,89 Zentimeter und das freut bei der aktuellen Tabellenlage insbesondere Leverkusen Fürth und Mainz dass man da noch das mit auf die erste Seite darstellen kann das doch schön die Auflösung selber hat sich natürlich durch die Vergrößerung des Geräts leicht erhöht es sind jetzt nämlich hochkant 1136 Pixel gegenüber vor 960 aber die Pixeldichte die ist gleich geblieben und alte Apps die bauen jetzt eben oben und unten so einen kleinen schwarzen Balken mit ein das fällt kaum auf aber bei neueren Apps die das entsprechend auch skalieren da wird das dann natürlich nicht mehr sein so wie hier zum Beispiel bei den Einstellungsmöglichkeiten da hat sich nicht so viel verändert aber es sind eben ein paar Sachen dazugekommen jetzt mit iOS 6 was aber auch bei den anderen Handys insbesondere 4 4s natürlich so genauso ist wenn man es updatet insbesondere der Datenschutz ist jetzt bei iOS mit drin zwar nur rudimentär aber immerhin es gibt dort was dass man sagen kann welche App denn auf was zugreifen kann die iCloud kann ich entsprechend einstellen zum Beispiel das Telefon natürlich auch nicht überraschend da gibt es ein paar neue Einstellungsmöglichkeiten mit iOS 6 und was man jetzt auch gleich sieht das ganze Gerät ist doch merklich schneller geworden wo ich als iPhone 4 bis Vorbesitzer doch immer mal ein bisschen Zeit brauchte und manchmal das ganze doch ruckelte habe ich jetzt das Gefühl es läuft so flüssig flüssiger geht es gar nicht mehr hier ist skaliert wenn ich denn auch wirklich den Bildschirm erwische und nicht nur unten scrollen dann geht das butterweich also das freut einen doch es ist jetzt der A6 Chip beim 4S war es A5 und der A4 beim 4er allein gegenüber dem Vorgänger soll die Leistung sich nahezu verdoppelt haben ich konnte es nicht nachmessen aber wie gesagt ich habe das Gefühl es läuft wirklich besser man weiß ja auch inzwischen mit Google ist man ja nicht mehr jetzt so freund es ist nicht mehr drin zum Beispiel dass iTunes da eingebunden ist da soll ja noch eine App kommen aber natürlich lassen sich weiterhin iTunes Videos auch so schon originär direkt dann abspielen das sehen wir hier wenn wir jetzt auch auf kauliusprobiertesaus.de sind das entsprechende Video geht also problemlos hochkant vertikal also das funktioniert noch kann man zum Beispiel auch gerne mal reingucken in das Video vom Nexus 7 dann hat sich noch verbessert aber auch das natürlich eben auch bei den anderen Handys wenn man das neue Betriebssystem drauf hat zum Beispiel die Darstellung des App Stores ist ein bisschen hübscher geworden kann man jetzt so nach Gratis gekauft Umsatzstärkstes ist jetzt so ein bisschen so in Reihen aufsortiert ja also mit dem alten kam ich sehr gut zurecht ob das neue jetzt so viel schöner ist kann man drüber streiten es funktioniert ja vielleicht werde ich auch langsam zu alt für ständig neue grafische Spirenzien was immerhin ganz hübsch geworden ist ist dass man jetzt hier die Rezension etwas aufgeräumter aufrufen kann gleich so eine Übersicht bekommen dass ja also das ist durchaus ein Gewinn bei iTunes sieht man übrigens hier wenn man was kaufen will das sehen wir gleich uns genauer mal an oben rechts bei dieser Taste wie sehr zum Beispiel soziale Netzwerke und ähnliches jetzt richtig integriert sind also da kann man jetzt Facebook gleich darüber informieren dass man Sherlock toll findet oder Twitter oder eine E-Mail schreiben und so weiter und so fort auch das alles wie gesagt neu bei iOS 6 bei anderen Geräten natürlich genauso genauso wie die neue Karten App man hat sich ja ich sag das ja schon von Google getrennt deswegen ist Google Maps nicht mehr drin man hat was eigenes gemacht da gibt es ja auch schon ein paar ganz witzige Beispiele was da alles schon falsch gelaufen ist aber Apple gelobt ja Besserung und was wirklich ganz hübsch geworden ist das ist diese 3D Darstellung hier klappt sie noch nicht so so in den Außenbereichen von München aber wenn wir mal in München reingehen und das gilt für einige wenige Städte bisher in Deutschland auch dann haben wir so eine richtige 3D Darstellung also so richtig fast kann man da durch die Straßen gehen man erkennt hier dass das also dann wirklich ganz hübsch geworden ist ob einem das im Leben so viel weiter bringt egal aber es ist eine schöne Spielerei man hat allerdings keine frontale Fassaden Ansicht wie bei Google Street View das freut den Datenschützer aber einige irritiert das vielleicht also da ist sicherlich noch viel Luft nach oben was da auch insbesondere die Genauigkeit dieser Karten angeht aber wie gesagt es sieht ja hier schon mal wirklich ganz schick aus kann man ein bisschen sich mal schon mal ein paar Städte ein bisschen genauer angucken kann man auch noch mal von oben angucken und natürlich wenn es denn wirklich hart auf hart kommt und man will sich orientieren kann man auf die Standardeinstellung zurückgehen und dann hat man auch die Straßen und dann kann man sich dort auch entsprechend dann mit durch bewegen insbesondere gibt es jetzt ja auch die Möglichkeit dass man nicht nur sich den Verkehr dort einblenden lässt sondern insbesondere auch dass man sich führen lassen kann das ist ein kleiner Navi mit drin also Navigator das funktioniert über diese kleine Taste oben dann sagt man zum Beispiel vom aktuellen Ort nach München möchte ich fahren warum auch immer man das möchte und dann gibt er noch ein paar Sicherheitshinweise gibt ein paar Vorschläge wobei mich diese Route über Leipzig sagen wir mal so eher überrascht aber man kann ja sagen ich will die Standartroute die ich kenne Route 2 und los geht's und dann hört man auch schon die herzreißende Stimme Ja so passt irgendwie Das funktioniert durchaus auch wenn ich denn gerne zu Fuß gehen möchte allerdings bei Kiel Richtung München zu Fuß da streikt er dann doch also das geht wohl dann doch nicht aber innerhalb Schleswig-Holstein zum Beispiel kann man auch mal eine Wanderung damit dann machen was auch neu ist ist das sogenannte Passbook auch das gibt es bei anderen iOS 6 Geräten jetzt auch da kann man zum Beispiel seine Bordkarte seine Eintrittskarten Kundenkarten und so weiter dann gezielt und zentral speichern das wird zurzeit unterstützt in Deutschland von Lufthansa und auch hrs so dass wenn man zum Hotel geht direkt dann gleich auf dem Startbildschirm zum Beispiel meine Reservierung beim Hotel aufleuchtet das ist doch Ach schön Zeig mir die Bundesliga Tabelle Das ist Siri Genau und da sehen wir gleich es funktioniert Siri funktioniert mit iOS 6 natürlich auch aber erst ab 4 dem iPhone 4S Wo gibt es die beste Pizza in Kiel? Eine Frage die uns alle bewegt Ja klasse klingt so ein bisschen wie aus einem Science Fiction Film also wie wenn man jetzt hier was weiß ich auf den Schirm oder sowas sagt Mal sehen was wir noch für versuchen können Zeig mir die Webseite Kaulius probiert es aus.de Ja da wird es natürlich wieder eng Er oder sie kennt nicht Kaulius Das wird nach Claudius durchsuchen Ja nah dran aber Nun gut immerhin es funktioniert man kann da zum Beispiel auch E-Mails schicken und SMS schicken Oder auch Wenn es denn man muss unten nur gedrückt halten Was läuft heute im Fernsehen? Ja eine Frage nicht ganz unberechtigt Mit Fernsehen kann ich dir nicht helfen Ja Das tut mir leid Das ist ja auch irgendwie nicht mal Web 1.0 Das ist ja irgendwie so Oldschool Oldmedien Damit will das iPhone nichts zu tun haben Aber Was läuft heute im Kino? Ja Ich kann keine Anfangszeiten für Kiel abrufen Erstaunlich Eigentlich gibt es in Kiel durchaus eine ganze Reihe nennenswerte Kinos Aber das hat nicht so funktioniert Aber man kann zum Beispiel auch Restaurantreservierungen und sowas Wenn man will und wenn es mit angebunden ist Durchaus auch vornehmen Und auch eine ganze Menge andere Spielsachen damit dann durchführen Einfach mal ein bisschen reden Wenn man keinen ansonsten zum Reden hat Hast du Infos über den neuen Bornfilm? Ja Da wird es dann eher generisch Merke ich gleich Bauernfilm Den kennt er nicht Ja aber immerhin Dann gehe ich eben Wenn ich schon hier in den Bornfilm gehe Eben in Boogie Woogie Genau das wollte ich natürlich auch Obwohl muss ich bis zum 26. September noch warten Fröhliche Weihnachten Man kann nie zu früh Moment Heute ist nicht Heiligabend Das ist am 24. Dezember Ja ist ja heute schon Weihnachten Also auch Siri hat ein wenig Humor Und das merken wir auch beim nächsten Mal Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag Ja Ja weil das iPhone ist ja neu da Also kann man auch mal Glückwünsche Ich habe heute nicht Geburtstag Doch Aber trotzdem danke Ja wieso war doch erster Tag des Einrichtens Bevor ich mich aber zu den Pizzerien dann aufmache Gucken wir noch ein bisschen was es sonst so Neues gibt Die Dienstprogramme haben sich nicht viel verändert Die sehen noch so aus wie vorher Und da ist auch inhaltlich nicht so viel Neues dazu gekommen Eher interessant ist da Ja gut gucken wir mal ins Game Center Ja also gut gibt es eben noch Und damit kann man zum Beispiel dann die Daten von Verspielen miteinander vergleichen Interessanter ist da schon eher Ja gut der Wetter bricht auch Man sieht Kiel am Samstagmorgen Ja gibt Schöneres in dieser Welt Aber andere Städte da sieht man die haben mehr Glück Da könnte man zum Beispiel gleich Siri fragen Ob es nicht eine Bahn nach Frankfurt gibt Auch neu jetzt bei iOS 6 Und auch bei den anderen entsprechenden iPhones Die das unterstützen dann schon mit drin Natürlich auch hier wieder die Einbindung von Facebook, Twitter und so weiter Aber auch dass ich mir zum Beispiel Webseiten offline jetzt legen kann So dass ich die Möglichkeit habe Darüber dann eben auch im Nachhinein Wenn ich dann zum Beispiel im Ausland bin Oder irgendwo keine Datenverbindung habe Mir nochmal Inhalte insbesondere von Wikipedia und sowas dann anzeigen zu lassen Hier sehen wir zum Beispiel was bei Facebook-Integration so passiert Zum Beispiel dass er bei mir in den Kalender Jetzt auch Facebook-Termine mit integriert hat Die sehen wir jetzt nämlich hier Und die kann ich dann auch aufrufen Das sind dann so Einladungen Die ich direkt über Facebook bekommen habe Die direkt dann da reinkommen Wenn man es denn möchte Sollte man durchaus vielleicht ja gerade aus Datenschutzgründen Hier und da mal Gedanken drüber verschwenden Ob das so will Hier sehen wir jetzt die Podcast-App Die ist ja schon vor einigen Wochen ausgelagert worden Da können Sie zum Beispiel auch Kaulius Kolumne abonnieren Oder auch iTunes U Die App ist natürlich auch weiterhin dabei Für den Studenten, der keine Lust hat in die Uni zu gehen Sondern sich alles zu Hause angucken möchte Da findet er die entsprechenden Vorlesungen Aber natürlich auch der Bürger Der ansonsten sich gern mal informieren möchte Oder man guckt sich hier zum Beispiel Zeitschriften und Bücher an iBooks ist natürlich auch weiterhin dabei Also für alte Besitzer und Hasen von iPhone und iPad Natürlich überhaupt nichts Neues Aber es funktioniert natürlich auch hier Und insbesondere auch alles hier genauso Etwas flüssiger Gerade bei aufwendigen Seiten PDFs und sowas Merkt man das deutlich Wie ich finde Da ruckelt nichts mehr Das läuft sowas von geschmiert Wie Butter durch das Messer Oder andersrum Die Kamera ist natürlich auch dabei Auch die hat sich gegenüber dem 4S Nicht nennenswert verbessert Alte Besitzer, die jetzt gerade ihren Vertrag verlängert haben Das 4er hatte noch 5 Megapixel Jetzt sind es 8 Megapixel Zumindest bei der rückwärtigen Bei der auf der Vorderseite Da kann man ja auch umschalten Hier sehen wir gleich Ja, ich sollte mit der Versurde vielleicht nochmal was tun Da hat sich immerhin ein bisschen was verbessert Die kann jetzt 1,2 Megapixel und 720p HD Videos Bisher war die Frontkamera nur mit VGA-Auflösung Sowohl bei Video als auch Foto gesegnet Hinsichtlich der rückwärtigen Kamera Die kann jetzt auch Full HD Videos machen Das konnte das 4S zwar auch schon Aber das 4er Das konnte nur 720p Hier sehen wir wie das Ganze funktioniert Auf Video und auf Foto umstellen Und wir können eben auch den Blitz ein- und ausschalten Da hat sich nicht viel getan Die Kamera soll wohl jetzt ein wenig lichtstärker sein Aber da hat sich wohl an der Kamera nicht so viel verändert Sondern die Software wurde wohl vor allem ein bisschen angepasst Hier sieht man, dass der Blitz auch funktioniert Schön reingeblitzt Oder wenn wir eben jetzt auf die Seite wollen Geht das natürlich auch Da geht's hin, das Bild Und wenn ich will, kann ich das eben in alle möglichen Richtungen Dann auch rauspusten jetzt Sowohl bei Facebook, Twitter Aber zum Beispiel auch Das ist auch bei iOS neu iOS 6 neu Dass man da so einen eigenen Fotostream dann anlegen kann In der iCloud für seine Freunde Ja Gott Als wenn man noch nicht genügend Möglichkeiten gehabt hätte Irgendwo Fotos zu parken Abschließend lässt sich festhalten Das Gerät ist ein Tick größer, ist ein bisschen leichter Und es ist ein bisschen schneller geworden Also nichts, weshalb man jetzt unbedingt von den Vorgängermodellen umsteigen muss Aber man kann Es macht durchaus nochmal einen Tick mehr Spaß Und das ist ja für viele vielleicht durchaus auch ein Grund, das zu machen Zumindest wenn man seinen Vertrag verlängert Ob man deswegen jedoch gleich 679 Euro für das 16 Gigabyte 789 Euro für das 32 Gigabyte Oder 899 Euro für das 64 Gigabyte Modell ausgibt Das muss man im Zweifel wahrscheinlich mit sich und seinem Partner Und insbesondere dem Geldbeutel dann ausmachen Alternativ könnte man das Geld natürlich auch in ein iPad noch stecken Hat sogar noch ein bisschen was übrig Und könnte Siri mal fragen, wo denn die nächste Pizzerei so sich befindet Die nächste Folge von Kaulius probiert es aus Finden Sie übrigens im Internet Zum Beispiel bei YouTube Oder eben auf kauliusprobiertesaus.de Bis dahin wünsche ich alles Gute Euer und ihr Kaulius Und tschüss Bis zum nächsten Mal